Hallo und herzlich willkommen zu einem Auswahlbildschirm für Sprachen. So, mit welcher Sprache möchte ich denn spielen? Ich möchte spielen in Italiano, Francais, Español, Español de España sogar, nicht mexikanisches Español, das ist ja wunderschön. Würde ich ehrlich gesagt gerne auswählen, einfach nur um die Sprache besser zu lernen, aber nein, 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 wir spielen natürlich in richtigem Japanisch, Nyongawa. Nein, auch nicht. Koreanisch, simplifiziertes Chinesisch und traditionelles Chinesisch, vermutlich ungefähr. So, wir könnten auch Englisch nehmen, aber nein, ich bleibe natürlich einer Sprache. Naja, also ich wähle sie aus, sagen wir es so. Und das wäre Deutsch. Genau, so, äh, und jetzt darf ich mir doch tatsächlich bei schöner Musik einen Charakter zusammenbasteln. Und, äh, ja, natürlich, wir fangen an mit einer Namenseingabe. Oho, so, ähm, natürlich wieder mal mein Standardname für Pokémon Let's Plays. Äh, äh, Hildegard, äh, nein, Hildegard, hm, warte mal, ähm, Ach, Mist, äh, verdammt, ach, diesmal, diesmal, äh, wird der, äh, wird der Name halt ein bisschen anders, äh, ausgesprochen, äh, weil es, äh, weil es, äh, sich bei der, bei der Region der Spiele um eine spanisch angehauchte Region handelt. Dann ist das jetzt Hildegard, äh, Hildeguard, äh, Hildeguard. Was? Was? Nein, keine Ahnung. Ähm, lassen wir das lieber. Oder Hildeguard, äh, Guardo, äh, na, ich weiß nicht. Ich sollte lieber, ich sollte lieber gar nichts, äh, versuchen auf Spanisch zu sagen, sonst, äh, könnten sich Leute noch, äh, 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 also das könnte cringe werden, richtig cringe kann das werden. So, äh, erstmal möchte ich natürlich eine andere Frisur haben, denn ich sage, das sieht ja schon mal aus. Das sieht, das sieht definitiv aus und, äh, ich würde aber, weiß ich nicht, so standardmäßig den Zopf hinten rannehmen. Ähm, ja. Interessanterweise mit so einer Art, äh, äh, seiten, äh, also wenn ich das mal bei mir versuchen würde, äh, kriege ich nicht hin, weil meine Haare zu lang sind. Da vorne. Abschneiden möchte ich die jetzt an der Stelle nicht. Ähm. So, beigeblond, was haben wir noch? Aschbraun, ja. Ja, sieht jetzt in dem Licht anders aus, aber ich, ich gehe mal davon aus, also ohne, ohne viel Licht sieht das anders aus. Was wäre denn das, was da, dunkelbraun, ja. Eigentlich sind die heller. Das muss an der Kamera liegen. Ich nehme mal, ich nehme mal Aschbraun. Man sagt auch so schön, äh, Straßenköterblond. Ich könnte natürlich auch richtig geil, äh, purpur. Es ist, es ist Pokémon purpur, also müsste ich eigentlich purpur, äh, nehmen. Carmesin. Nee. Purpur. Silbern. Gold. Nein, Gold gibt's hier nicht. Aschweiß. Nein, danke. Ach Mensch, ich will mich hier nicht im Charakter-Editor austoben. Ich, ich möchte bei ganz normalen Aschbraun bleiben. So. Haben wir. Die Frisur nehme ich. Und jetzt, äh, äh, geht's noch nicht los. Ich möchte gerne ein anderes Gesicht haben. Wenn's geht, auch in echt, ähm. Ja, da sind, da sind schöne Sachen dabei. Oh, ich, ich mag auf jeden Fall offene Augen. Ja, offene Augen sind gut. Oh Gott. Ich kann das aber selber nicht, die, die die Augen so offen halten. So. Ähm. Hm. Nehmen wir farbige Kontaktlinsen oder nehmen wir einfach eine normale Augenfarbe? Was haben wir denn gerade ausgewählt? Blaugrau. Passt. Perfekt. So ungefähr. Also, ich mein, also, das, guckt euch das an. Das ist, äh, fast eins zu eins. Hier, äh, da oben und da unten. Da. Wie auch immer. Wir haben Wimpern. Wimpern. Wimpern hab ich nicht. Gibt's auch keine Wimpern. Uff. Ich fürchte, ab hier muss ich mich abheben, äh, von, von meinem Charakter. Muss ich mich charakterlich abheben. So. Oh, was nehmen wir? Was nehm ich denn? Was nehm ich denn? Das sind alles Wimpern, die ich nicht habe. Also, am, im Grunde, die 1 Version sieht immer gleich aus und dann, äh, nehm ich, nehm ich mal so richtig Wimpern. Ne, eigentlich, ich mag gar nicht so sehr Wimpern. Das, das, ich, ich verstehe auch gar nicht, wieso man unbedingt so große Wimpern haben muss, wenn man, äh, die nicht zufällig natürlich schon hat. Ähm. Ähm, und wenn man sie nicht natürlich hat, ist das auch nicht schlimm oder so. Also, ich, ich verstehe nicht, was, wo der, wo der Hype um Winter, äh, Wimpern liegt. So, Wimpernfarbe, ja, dementsprechend, äh, könnte ich hier, oh Gott, das ist, das ist ja mehr sowas wie, 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 ich könnte hier Lidschatten und, äh, so Zeug einstellen. Äh, oder wie heißt denn das, Mascara oder, ach. Ich hoffe, ich hoffe hier, äh, schauen nur echte Männer zu. Damit, damit hier keiner mir sagen kann, äh, ich hätte keine Ahnung, äh, von Gesichtsmakeup-Zeug. So, nehmen wir einfach dunkelbraun fertig. So, was haben wir hier noch? Augenbraun, Augenbraun, ne? Wie wäre es denn so dezent wie möglich? So, also, wenn, wenn man nach meinen gehen würde, dann hätten wir wahrscheinlich sowas in der Art. Nur, nur in einer anderen Ausrichtung, okay. Ähm, A war doch gar nicht so schlecht in der Hinsicht. Ja, sieht, sieht schon von der Farbe her passend aus. Ähm, Lippen, Lippen hätte ich gerne, ja. Und diese, diese, äh, drei Lippen. Ähm, also, also mit diesem Zwischending drin, so sieht das aus. Nein, das nehme ich nicht. Ich nehme aber was, äh, lächelndes. Wenn schon, denn schon. Noch so eine, äh, Lippenform, hm. Es soll ja, es soll ja nicht zu grinsig aussehen. Ähm, ja. Wie wäre es denn, wie wäre es denn, wenn wir die ganze Zeit so. Einfach mal so richtig. Ne, ich habe keinen Bock auf das Spiel. Das ist jetzt schon die neunte Pokémon-Generation. Das ist mir zu, ne. Also, nein, nein. Ich will, ich will lächeln. Ich will die Leute anlächeln. Ich will, ich will so aussehen, als ob das, äh, mir alles Spaß machen würde. So, ein wenig rosa, rosa Lippenstift. Würde ich mir jetzt selber nicht auftragen, aber, äh, was wäre denn pink? Pink ist zu viel. Pink ist eindeutig zu viel. Äh, also generell dezent. Rosa ist okay. Kein Lippenstift sieht irgendwie nach nix aus, aber rosa hat so ein, so ein leichten Touch. Das ist, das ist wunderbar. Ach, das ist, ach, schön ist das. So, gehen wir der, äh, ganzen, dem ganzen Gesicht einen Schönheitsfleck. Einfach nur, weil, weil wir es können. Üblicherweise bin ich kein Fan von Schönheitsflecken, aber, äh, naja gut. Äh, wenn man nun mal einen Fleck im Gesicht hat, dann, äh, ich hätte ihn ja gerne irgendwo mittig, aber ich glaube, das, äh, ist nicht erlaubt, weil, dann würde es ja tatsächlich schön, hm, Schönheitsflecken einfach unter den Augen. Symmetrisch, das ist schön, das ist, äh, ich, ich mach mal, ich, ich, ich bin mal richtig, also, ich geh heute mal aufs Ganze und nehm heute einfach mal Schönheitsfleck 1, äh, der ist asymmetrisch und, nee, also, das, das wird mich auf, das wird mich irgendwann am Ende richtig stören. Weiß nicht, wieso. Da, da wird der innere Monk in mir, äh, wahrscheinlich getriggert dadurch. Vielleicht auch nicht, mal sehen. Oh, mich triggert das jetzt schon. Ich, äh, ganz ehrlich, wenn, wenn Leute keine symmetrischen Gesichter haben, dann ist das völlig okay, aber wenn ich mir selber einen Charakter mache und der hat kein symmetrisches Gesicht, also, für mich ist das jetzt gerade eine Mutprobe, das wirklich so anzunehmen und ich mach's trotzdem, ich mach's trotzdem. Ich, ich will sagen, seid nicht oberflächlich, Schönheitsflecken sind okay, dementsprechend machen wir das heute. So, ähm, Sommersprossen einfach mal mit rein. Gegen die hab ich nix, die sind symmetrisch. Äh, da müsste ich ja eigentlich auch wegen der Haare hier so und so, also, das ist auch nicht symmetrisch. Boah, heute trau ich mich aber viel. So, ich bin mit meinem Gesicht nicht zufrieden. Liegt vielleicht am Schönheitsfleck. Also, so, so, je mehr ich mir das angucke, desto unzufriedener wär ich. Aber egal. Wir haben uns das jetzt so ausgesucht. Oh Gott, das sieht ja aus. Das sieht aus wie, 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 äh. Also, es sieht nicht wirklich aus wie, wie mein, ähm, mein Ausweisbild oder sowas. Oder auf dem Führerschein oder was weiß ich wo. Aber auf der anderen Seite, es sieht halt schon echt so aus wie so ein übliches Passbild. So richtig so, du könntest genauso gut hier, äh, dieses Schild hochhalten, wo deine gefangene Nummer draufsteht. Weiß gar nicht, ob das, äh, ob es solche Mag-Shots wie in den USA hier auch gibt. Wie dem auch sei, wir haben jetzt unsere, ähm, ja, unsere, äh, Registrierungsunterlagen eingereicht, wenn man so möchte. Traubenakademie. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Ja. Hätte ich ja gar nicht so schnell lesen müssen. Ist ja voll die Zeit. Ah, und ich kann sogar weiterdrücken. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Jetzt kann ich also verhindern, dass sie den Ball wirft. Wie lange kann ich das machen? Stundenlang? Ich weiß, es bringt sowieso nix. Ach, wie ihre Haare wedeln. Was kann ich mir wirklich die ganze Zeit so, äh, angucken? Ich glaube, ich muss, ich muss mich andersrum, äh, damit ich mich in die, also von der Kamera aus gesehen in die richtige Richtung bewege, wackele, wie auch immer. Na gut, lassen wir sie mal den Pokéball werfen und dann, äh, ich meine ganz ehrlich, ich mache diese Aufnahme hier, um, ähm, einen gewissen Teil der Story aus dem Weg zu bekommen, damit ich beim, äh, richtigen Streamen, also, das ist ja nur eine Aufnahme, ähm, damit ich da so richtig sofort reinhauen kann. Und hier haben wir erstmal Direktor, Direktor Clavel, oder Clavel, Clavel, einfach nur Clavel, ja, natürlich, Pavel Clavel. Nein, er heißt natürlich Pavel Clavel. Ich weiß gar nicht, ob er Pavel heißt, aber jetzt heißt er Pavel. So, Leitung der Traubenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das, sondern auch Pokéballen. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Ach, vielleicht sollte ich ihn ein wenig anders sprechen. Auf jeden Fall, ein bisschen tiefer. Ein, ein Pokémon und es ist süß. Man kann sie wahrlich überall antreffen. Im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier in der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich finden. Wir alle freuen uns hier darauf, dich bald an der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Yay! Uh! Oh, Flamongos! Flamencos! 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 Nein! Es ist abgestürzt! Gibt's neue Papageien-Pokémon? Es gibt anscheinend neue Papageien-Pokémon. Zumindest bin ich der Meinung, die gab's vorher noch nicht. Ich kann das nicht genau sagen, aber ich bin der Meinung. Hm. Kann das sein, dass die Flamingo-Pokémon da aussahen, als wären das einfach nur Flamingos? Also ganz ehrlich, das sah jetzt nicht irgendwie aus, als wären das so spezielle Flamingos oder so. Also die sahen eher aus, als hätte man einfach gesagt, ey, passt mal auf, wir nehmen jetzt irgendein, wir nehmen ein Tier und, äh, unser Pokémon sieht einfach ganz genau so aus wie dieses Tier. Aber vielleicht haben die noch was ganz Besonderes, das ich nicht entdeckt habe. Dein Schrank ist mit Pokémon-Stickern dekoriert. Ja, wir haben ein Knapfel, wir haben ein, äh, Drift-Driftlon, äh, wir haben ein, äh, Brie-Mano? Brie-Brie-Dingster? Ja, also hat dieses, aus Schwert und Schild halt. Huch, was war das gerade? Das ist ein Raffel, das sehe ich, das kenne ich. Raff, Raff, Ralf, 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 Ralf. Okay, ah, da hinten ist Mutti, ach. Hi Mama. Bist du auch alleinstehend? Oder, keine Ahnung, äh, geschieden, verwitwet? Und, was, was man halt in der Pokémon-Welt so ist, wenn man, äh, den, äh, Champ, äh, den zukünftigen Champ, äh, geboren hat. Guten Morgen, Hildegard. Oh, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Ach, ich freue mich so sehr für dich. Vor allem, weil du endlich das tust, was ich früher nicht getan habe. Ich habe die Akademie abgebrochen, um dich zu kriegen. Nein, äh. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und geweint, äh, ich meine gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Dieses Spiel weckt in mir gerade sowas wie Vietnam-Flashbacks mit meiner eigenen Einschreibung. Es geht alles drunter und drüber. Echt. Also, wenn, wenn dieses Spiel nur halb so sehr ist wie, äh, meine richtigen Studien-Erfahrungen, äh, dann möchte ich es am liebsten wieder weglegen. Oh, na, das klingt doch nach dem perfekten Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Tja, wer ist das wohl? Raffel, wen hast du eingeladen? Und was, äh, und bringt der Chips mit? Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann also Hildegard sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich deine Einschreibung so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na sowas. Da ist ja der Direktor höchstpersönlich. Oh, sie habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Es ist ungefähr... Schatz, wie alt bist du nochmal? Nein, nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Wenn es doch nur so wäre. Wenn die einfach zu einem hinkommen würden. Wenn die, wenn, wenn, wenn die Hochschule, die Akademie, die Uni, was auch immer. Wenn die Mist bauen. Ganz ehrlich, äh, ich, ich würde ständig Besuch bekommen von irgendwelchen Akademikern. Ach ja. Das hier sind die Unterlagen, die ihre Tochter für die Einschreibung benötigt. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Nein, nein. Machen Sie sich bitte keine Umstände. Hildegard, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bitte geh doch mal einen langen Spaziergang machen. Bereite dich doch so lange in deinem, äh, in deinem Zimmer. Auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Oh, der hat, der hat, äh, den ganzen hier Mantel vollhängen mit, äh, Premierbällen. Das so richtig, äh, der, der Dude gefällt mir. Der legt Wert auf Stil und, äh, Symmetrie und Gleichheit seiner, äh, Pokébälle. Wie dem auch sei, wir haben hier unseren Hut und, äh, Beutel. Beutel und Hut. Klappt gut. Ich sehe ihn schon wieder, diesen Schönheitsfleck. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Ich weiß, wie Speichern funktioniert. Ich weiß, wie die Abenteuerfibel benutzt. Ich weiß sogar, wie der Beutel funktioniert. Apropos, Einstellungen. Texttempo hochstellen. Sorry, aber das ist erstmal das Wichtigste. Äh, Attacken später lernen. Wähle, ob Attacken unmittelbar bei Levelaufstieg erlernt werden sollen. Also, sozusagen, wenn ich das anstelle, kann ich das so machen wie in Legends Archeus. Äh, was echt gut war, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich vergesse nicht ab und zu auch meinen Pokémon dann Attacken beizubringen. Aber, zumindest bin ich mit dem Feature dann vertraut. Teambox, ach, automatisch. Spitznamenfrage an. Weil ich gerne Spitznamen vergeben würde. Äh, vertikale Kamera normal und die, ja, automatisches Speichern auch. Spitznamenanzeige von mir aus. Äh, Videosequenzen überspringen wir natürlich nicht. Rettungsfunktionen, also Vibrationsfunktionen würde ich, glaube ich, mal ausmachen erstmal. Nee, ich lasse es noch an. Und wenn es mich irgendwann stört, mache ich es aus. Wähle, ob du gerettet werden willst, wenn du von hohen Orten herunterfällst. Nein! Ich will sterben! Ich habe keine Ahnung, was das bringt oder so. Also, ich finde es auf jeden Fall lustig, dass man sich das, äh, aussuchen kann. Ach! Was ist das? Aha, das ist eine tanzende Dame. Das sind Windmühlen. Okay, äh, was haben wir hier noch so schnell? Oh! Da, das Hopsprost! Das Hopsprost-Ding, also dieser Hopsprost-Blumentopf. Oh, das ist... Ich habe eine Idee. Und ich werde sie hoffentlich noch vor Beendigung dieses, äh, Let's Plays, äh, durchgeführt bekommen. Aber auf jeden Fall, ich will ein Modell dieses, äh, Hopsprost-Dingens da. Und ich möchte es gerne so bearbeiten, äh, dass, dass man das wirklich, äh, 3D drucken kann. Und dass man da wirklich Pflanzen reinstellen kann. Ey, ganz ehrlich, das sieht super aus. Vor allem, ich hab, äh, wir haben hier sowas schon. Wir haben, äh, ein 3D gedrucktes, äh, ein, 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 ein 3D gedruckten Bisasamen-Blumentopf, bei dem das auch so hinten dann raussprießt. Und wir haben dasselbe nochmal mit Miraplar, aber mit Hopsprost sieht das auch einfach richtig, richtig gut aus. Schöne Idee, schöne Einrichtungsidee, äh, hätte ich gern, will ich haben. Oh, wunderbar, gut, schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Im Arbeits-, äh, naja, wie auch immer. In der Sklaverei. Vorzüglich, so sieht eine Mitschülerin unserer Ad-Akademie aus. Ad-Akademie? Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Mich zu übergeben? Nein. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Ja, gerne. Ich frage mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns auch nach draußen gehen. Ja, hatte ich vor. Ich will sowieso, äh, anfangen mit dem Spiel gerne. Irgendwann mal. Wie lange nehme ich denn schon auf? Oh, 24 Minuten, ach du Schande. Ich hatte eigentlich vor, äh, innerhalb einer Stunde so einen gewissen Teil des Spiels abgeschlossen zu haben. Und jetzt brauche ich so ewig. Na super. Wohlan, liebe Pokémon. Nein. Wohlan. Euer Moment ist gekommen. Tchup tchup tchuu. Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Starter zur Seite stehen soll. Das hier ist Felori, das Flora-Katzen-Pokémon. Hm, okay. Loo-ri! Das ist Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Kro... 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 Kro-kei... 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 Boah, ist das so süß. Und zu guter Letzt hätten wir Quax, das Jungenten-Pokémon. Qua! Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Welches nehme ich nur? Nanu? Oh, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben. Ich wäre ja gerne dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss so langsam zum nächsten Hausbesuch mich aufmachen. Ja, mach das. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Lass dir ruhig Zeit, genügend über deine Wahl nachzudenken. Und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Stell dir mal vor, jemand empfiehlt sich dann wirklich. Ja, haben sie schon von mir gehört. Sollten sie mal ausprobieren. Hach, der Direktor ist so unglaublich. Höflich und aufmerksam, findest du nicht? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur für eines entscheiden? Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen Spaziergang, äh, gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? Oder wie du so läufst. Oder wie die Pokémon so laufen. So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zur Feier deiner Aufnahme. Zur Feier meiner Aufnahme. Ja, äh, also, ich, ich gehe mal davon aus, sie meinen nicht, äh, achso, an der Akademie. Ja, natürlich. Ich dachte schon, sie meint die, äh, die ich gerade aufnehme. Und, ich bekomme ein Smart Rotom. Yay. Endlich. Smart Rotom wurde in der Basis-Item-Tasche verstaut. Smart Rotom zur Gerichtsaktion zugefügt. Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps. Das ist ein nagelneues Smartphone. Ich lese dir mal aus der Bedienungsanleitung vor. Wenn du nicht weißt, äh, wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drücke den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch. Pass gut auf dein Handy auf, ja? Sonst kriegst du ein neues. Jetzt aber los mit dir. Viel Spaß. Oh, Mann. Wenn, wenn man Smart Rotoms auch so oft austauscht wie iPhones und dann einfach, äh, liegen lässt. Oh, das ist so. Unser Haus sieht nicht so schön aus wie das da gegenüber. Deswegen will der Professor da bestimmt hin. Vielleicht heißt der auch Professor Clavel. Clavel. Äh, ich, ganz ehrlich, ich mag den Namen. Oh. Erstens mal, wir haben hier einen Garten mit Orangen und mit, äh, Trank und mit, äh, sind das etwa Kakteen? Ja, das sind so ziemlich... Was zum Geier. Was, kann ich das nochmal machen? Wo? Ich hab keine Ahnung, was da passiert, aber es... Es ist komisch. Ähm, es ist halt das Spiel. So, ähm, ja. Wir haben Kakteen, wir haben, äh, Mohn, wir haben, äh, andere Sachen. Wir haben hier unsere drei, äh, Freunde, unsere drei Ausrufezeichen, von denen gerade nur zwei aktiv waren. Ist das hier Rotkohl? Hm. Schon wieder diese Bewegung, die ich nicht, äh, zuordnen kann. So, was haben wir denn hier noch? So, ähm, wir haben Kürbisse. Oh, sehr schön. Ist ja auch gerade die Zeit dafür gewesen. Ach, diese Zeit des Jahres, wenn es dann mal wieder Spaghetti-Kürbis gibt. Ich glaube, irgendwas ist mit meiner, äh, Webcam nicht ganz... richtig. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr. Ansonsten habe ich jederzeit die Möglichkeit, sie einfach auszumachen. Oh, ich kann rennen. Endlich. Das hier ist Kuchariko. Kakariko. Ähm, ein kleiner, aber feiner Ort. Ja. Und wer bist du? Hm. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mithilfe der Kommunikationsfunktionen kann man wohl mit bis zu drei Freunden gemeinsam spielen. Eigentlich müsste ich das ja mal machen. Eigentlich müsste ich das machen. So richtig mit Leuten zusammenspielen. Ob man sich dadurch, äh... Also, mich interessiert ja, äh, möglichst schnell überlevelt zu werden, damit ich mir keine Sorgen mehr um Level-Grenzen machen muss. Oh nein! Gesundheit. Oh... Oh... Bist du die Trainerin dieses Pokémon? Nicht ganz. Noch hat sich Hildegard nicht für eines der drei entschieden. Tja, wen nehme ich nun? Auf welches Pokémon ihre Wahl wohl... Achso. Auf welches Pokémon ihre Wahl wohl fallen wird? Tja, das ist eine gute Frage. Ah, ich mag eigentlich Krokel. Eigentlich mag ich Krokel. Ich find Krokel süß. Das Problem ist, ich glaube, Krokel bleibt nicht süß. Das, das so ist halt, äh... Wenn ich, wenn ich jetzt so mir durchgehe, wie diese Pokémon da aussehen, äh... Dann, dann hab ich irgendwie Angst, dass sie sich entwickeln. Hallihallo! Wir kennen uns noch nicht, oder? Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor! Oder... Senior Direktor! Sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deine neue Mitschülerin Hildegard vorstellen? Hab ich's mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingedrungen. Äh, ich mein eingezogen, stimmt's? Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Oh, ich heiße übrigens Nemila. Kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also, Nachbarin, lass uns doch Freundinnen sein. Nein! Huch, bist du etwa nervös? Vielleicht war ich ein bisschen stürmisch. Sorry. Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das. Sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champion-Rang inne hat. Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Also, ich mein mit den Pokémon-Kämpfen. Jetzt und hier und hier und jetzt. Nun, sei mit deiner neuen Klassenkameraden nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Also, lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut! Dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen! Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, normalerweise würde ich es so gut finden, dass sie schon mal ein Mädchen ist. Und nicht so wie Vitali und Hopp. Aber auf der anderen Seite, ich kriege so richtige Vibes, dass sie der Hopp des Spiels sein wird. Und ich mag es nicht, einen Hopp im Spiel zu haben. Ich mag es nicht, einen Tali im Spiel zu haben. Also generell sind die mir... Andererseits, ich glaube, jeder Rivale hatte irgendwo so eine nervige Eigenschaft bisher. Nun denn, Hildegard. Ja, wer soll's sein? Hast du nicht entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Nun, das habe ich nicht. Ich glaube, um das mal ein bisschen weniger nervig zu machen mit der... Verdammt, das klappt nicht. Gibt's denn in Open Broadcaster gar keine Möglichkeit, hier sowas wie Transparenz einzustellen? Das muss doch sowas geben. Das gibt's doch nicht. Also am Ende mache ich es wahrscheinlich einfach ganz aus. Ja, schauen wir erst mal. Weil dieses Geflacker geht mir auch ziemlich auf den Tacker. So, wen nehmen wir jetzt? Also ganz ehrlich, ich mag ja Flori hier. Felorian. Denn Krokel ist süß, aber ich habe Angst, dass es nicht mehr süß ist, wenn es sich entwickelt. Ganz ehrlich, also wenn man sich mal anguckt, wie Karnimani zu Impergator wird und das hier drauf anwendet, kann ich mir gut vorstellen. Das wird nix. Bei dem hier finde ich schon die erste Form sieht, naja, obwohl, sieht so ein bisschen aus wie die neuen Tick, Trick und Track aus dem neuen DuckTales, der neuen DuckTales-Serie. Der neuen, die jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre alt ist. Und hier habe ich Angst, dass Feloris Weiterentwicklung am Ende auf zwei Beinen steht und nicht einfach weiterhin auf vier. Weil, ganz ehrlich, es ist so schön, dass es so ein Vierbeiner ist und im Gegensatz zu den anderen beiden halt so ist. Wisst ihr was? Ich setze einfach mal drauf und hoffe. Hat sich gerade beim Anklicken die Tageszeit geändert? Flori? Hier hätten wir das Pflanzen-Pokémon Felori. Äh, Felori, wie eine kräftige, wuchhane Pflanze kann es große Mengen an Wasser problemlos aufsaugen. Du wählst also das Pflanzen-Pokémon Felori. Ist das richtig? Ja, ich versuch's. Normalerweise bin ich voll der Typ, der den Feuerstarter benutzt, aber heute nehme ich einfach mal die süße Katze. Felori! Du hast dich für Felori entschieden. Möchtest du ihm einen Spitznamen geben? Natürlich möchte ich ihm einen Spitznamen geben. Ich weiß nur noch nicht ganz... Also, Flori wäre jetzt einfach so ein bisschen... Näh. Ähm. Ist es eigentlich... Es ist ein Männchen. Okay. Also, Felorian würde rein theoretisch funktionieren. Das ist so... Das ist so schlecht. Da würde jeder drauf kommen. Äh. Hm. Flamingo? Nein. Ach, Mann. Florgas ist schon ein Pokémon. Das gibt's schon. Äh. Warte mal. Flominik! Wie wär's mit Flominik? Ich hab keine Ahnung wieso, aber... So, äh. Da ich keine Ahnung habe, wie jetzt die Endentwicklung heißen soll, muss ich nämlich an... an der ersten... Stufe... Also, ich kann's ja später nochmal irgendwie umbenennen. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, jetzt ist es erstmal Flominik. Sauer. Awww. Auch wenn ich nicht weiß, warum man eine Katze so halten sollte. Anstatt einfach sie in den Arm zu nehmen. Ich bin übrigens kein Katzenmensch. Ich mag Hunde mehr. Felori scheint dich zu mögen, Hildegards. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Chip. So. Du hast dir also Felori ausgesucht, was? Also, wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr gebt bestimmt ein klasse Team ab. Direktor Clavel, äh, darf ich mir auch eins aussuchen? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, habe ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Hildegard bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihr ein neues Pokémon trainieren. Nein, nein, ich höre mal auf damit. Das ist ja schrecklich. Noch schlechter, als ich Spanisch kann, kann ich spanischen Akzent nachmachen. Hoho. Das klingt nach einer wundervollen Idee. Dann möchte ich sehen, wie du mit Hildegard einen Neuanfang startest. Ah, ich habe noch, ich habe ja ganz vergessen, ich wollte ja unbedingt ein Spielchen draus machen. Und zwar, finde den Bösewicht. Seit Pokémons Sonne und Mond ist es ja irgendwie nicht ganz klar manchmal, wer jetzt eigentlich böse ist und wer eigentlich nur so vermeintlich böse ist. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass in der Story jeder erstmal böse ist, bis mir etwas anderes bewiesen wurde. Also bis ganz zum Schluss, sage ich mal. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum ist Direktor Klavel und warum ist Nemila so richtig... Also guckt euch dieses Grinsen schon an. Also ganz ehrlich, sie sieht schon so aus, als wäre sie... Ich muss ehrlich sagen, ich überlege gerade, wie hieß denn nochmal... Ich denke mal, ihr werdet Flint Hammerhead nicht kennen, aber da gab es diese Petra Fina. So sieht sie aus. So richtig, so eine richtig... Also die ist mit allen Wassern gewaschen und die ist böse. Abgrund hieb böse. Spitze, danke, vielen Dank. Wenn Hildegard Felori hat, dann möchte ich das hier. Nett, dich kennenzulernen, Quax. Qua. Also gut, jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich, also komm vorbei, wenn du bereit bist. Darf ich gehen? Darf ich einfach gehen? Lässt mich das Spiel einfach abhauen? Nemila, in Pokémon kämpfen beinahe etwas... Äh, ist Pokémon kämpfen beinahe etwas zu sehr angetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderungen anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. So. Wir sollen also gegen Nemila kämpfen. Na dann. Tun wir das doch. Ähm. Ne, Mila und Ne, lass mal. Hey, ich bin hier drüben. Ja, das sehe ich. Wusch. Gibt es hier noch irgendwo ein Item zu finden? Oh, das wäre lustig, wenn ich jetzt hier irgendwie mir einen Vorteil verschaffen könnte, indem ich einfach weggehe. Oh, bitte, bitte lass mir die Möglichkeit, hier einfach abzuhauen. Nein, eine Sackgasse, aber ein, äh, Pokéball mit einem Item. Und tatsächlich ein Pokéball mit einem Pokéball. Wer hätte das gedacht? So, ähm, ja, jetzt würde ich am liebsten irgendwie versuchen zu rennen, zu sprinten, ähm, von hier weg. Oh, da ist noch ein Pokéball. Aber, da ist doch kein Pokéball drin, oder? Es ist ein Trank. Gut, ich bin für den Kampf gerüstet. Ich denke, äh, das werde ich schaffen. Außer natürlich, sie hat jetzt so ein Level 100 Pokémon. Also, ich habe verstanden, sie ist, ähm, eigentlich eine... Schon ältere Schülerin. Sie ist ja auch größer als ich. Das ist ja schon mal ein Grund, sie als, äh, Gegnerin zu betrachten. Hast du ein Pokémon bei dir, bist du eine Pokémon-Trainerin. Und als Trainerinnen müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Hildegard. Bist du bereit für einen Kampf? Ja, bin ich. Ähm. Juchu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist... Ne Mila. Nein, das ist es nicht. Denk daran, für Hildegard ist das noch alles neu. Sie hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Ups, ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich es eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Schlechte Idee, du hast dir das, äh, mit dem Typen-Nachteil ausgesucht. Los geht's, Hildegard, der Kampf ist das Ziel. Oh, sie hat eine ganz nette Musik. Dein erster Pokémon-Kampf? Hoffentlich macht er dir genauso Spaß wie mir. Mir macht er wahrscheinlich mehr Spaß, weil ich gewinnen werde. So, ähm, ja, Blattwerk als... Also jetzt muss ich definitiv hier mal aus dem Wege. Wupp. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ähm, du hast dich wohl gut vorbereitet, wegen Pokémon-Typen-Vorteil und so. Ja, nice. Quacks wurde besiegt. Das war's auch schon. Ne, Mila wurde besiegt. Und, ah, jetzt ist da auch noch was im Wege. Okay, ich versuche mal hier zu bleiben. Wow, du bist echt gut. Ja, weiß ich doch. Du nicht? Wow, dein erster Kampf und du gewinnst direkt echt... äh, direkt echt starke Leistung. Du wirst ganz sicher eine erstklassige Trainerin. Lass uns gleich nochmal kämpfen. Ich will noch andere Strategien ausprobieren. Nein. Nein, bitte nicht. Ich könnte auch erstmal die anderen Ecken probieren, bis da was in... äh, bis ich da auch nicht mehr... Also, bis ich mich selber da auch, äh, raus, äh, kicken muss aus den Ecken. Bis ich dann wirklich irgendwann mal einfach das, äh, Aufnahmegerät ausmache. Wupp. So, schon besser. Ich glaube, Hildegard und Philori scheinen sich erst einmal auszuruhen. Äh, sollten sich erst einmal ausruhen. Oh, das tut mir leid. Da ist wohl die Aufregung wieder mit mir durchgegangen. Hm. Bitte entschuldigt, Hildegard und Philori. Kein Problem, aber lass uns bitte nicht wieder kämpfen. Hehehe. Hehehe. Boah, so wie sie jetzt guckt, sie ist definitiv ein Bösewicht. Ganz ehrlich. Also, ich würde ja mal sagen, die wird uns irgendwann noch so richtig, äh, hintergehen. Was leider, also, was nicht unbedingt auf Erfahrung fußt, äh, denn, äh, basiert, denn, äh, die Rivalen waren üblicherweise jetzt nicht die Bösen in den Spielen. Die waren nervig, aber nicht die Bösen. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen, obwohl ihr auch, äh, euch gerade erst kennengelernt habt. Äh, er sieht so aus, als könnte er irgendwie so einen richtig, richtig fiesen, äh, Plan haben. Mal schauen, was daraus wird. Ne, Mila, ich verlasse mich darauf, dass du auch, äh, du auch dein Wissen als Champ mit deiner Mitschülerin hier teilen wirst. Jawohl! Sie ist auch noch Champ. Ah, da habe ich, äh, ah, da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Ich habe da eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei? Dann installiere ich sie schnell für dich. Yay! Du kannst jetzt auf deinem Smart Road Home den Pokédex aufrufen. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer an unserer Akademie, war für ihre Entwicklung verantwortlich. Hm, nice. Und ja, auch Informatiker dort. Zu meiner Zeit haben wir noch alles per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Ja, schreckliche Zeiten. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben, ist doch viel zu umständlich. Und dann muss man ja auch noch schreiben können. So mit Hand und nicht tippen. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch jeder einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiter zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédex widmen. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Nemila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Hildegard zur Akademie begleiten könntest, damit du bloß nichts davon hören kannst. Aber klar doch, überlasse sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wohlan. Wohlan. Wollen wir zwei dann mal aufbrechen? Ja, das hat jetzt den Spitznamen Wohlan. Krooo. Ach, ich hoffe, ich habe keine schlechte Entscheidung getroffen. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Oh, aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast doch noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeige dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit. Ja gut, dann mache ich das doch mal. Weil ich habe ja noch nie in irgendeiner Weise... Wollen wir mal einen Minusknopf? Ah, da ist mein Pokédex. Ja. Plusknopf, während du dir den Eintrag anguckst und so weiter. X-Knopf in der Regelansicht. Was für eine Regalansicht? Ah, okay, dann kann ich hier... Wird geöffnet. Hm. Smart Roadhome ist ein praktisches Gerät. Okay, äh... Mit dem Flugtaxi kannst du umgehend an einige der Orte zurückkehren, an denen du bereits warst. Das ist ja ein Ding. Das geht ja flott. Hier, ich kann einfach nach Hause. Und ich soll zur Akademie. Ähm, ja, ansonsten haben wir hier eine Karte. Okay, ja, sieht ganz normal aus. Mit Städten und allem. Und, ja. Müsste man mal gucken, wie groß die dann im Endeffekt ausfällt. So. Zielorte kann ich also auch festlegen. Ja, nice. Ja, very nice. Die ist ja wunderbar. Die ist ja richtig schön. So. So, ähm... Oh. Da ist Muttern. Oh, Hildegard. Oh, Hildegard. Oh, Hildegard. Was machst du? Äh, wo ist denn bloß dein wilder Bart? Äh, du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort leben. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Zum Beispiel eine Sauna. Nemila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ach, ich weiß noch meine Zeit an der Uni. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier etwas Geld und Verpflegung für mein großes Mädchen. Du erhältst ein Sandwich. Ein Sub des Tages. Heute ist Donnerstag, jetzt wo ich das aufnehme. Oh, heute der Sub des Tages wäre super gewesen. Ich sage es nicht, damit ich keine Werbung für Subway mache. So, aber trotzdem, also... Dieses Gericht besteht aus verschiedenen Belegen wie Fleisch oder Gemüse, die zwischen zwei Scheiben Brot platziert werden. Der ideale Imbiss für ein Picknick. Ach, und die hier nimmst du am besten auch noch mit. Fünf Tränke. Für den Fall, dass sich ein kleiner Wegbegleiter verletzt, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Ach, es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausheulen. Ey, ich meine Ruhen. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Deine Mutter ist ja total lieb. Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach ja, richtig. Ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Ja, dann zeig mal her. Also ganz ehrlich, zeig mir, wie ich ein Pokémon schwäche und einen Ball werfe. Hier rüber. Ja. Und los geht's. Boah, diese bedeutungsvolle Pause, bevor ich mich endlich bewegen konnte, das ist ja unnötig. Das kostet Zeit. Ey, ich bin schon fast eine Stunde hier am Aufnehmen und hab noch nichts gemacht. Oh, wie die Musik gerade überging. Oh, das war gut. Das war richtig gut gemacht. Schau, Hildegard. Hier fängt der Kuchariko-Pfad an. Der Kakariko-Pfad. Ich nenne das jetzt einfach Kakariko. Oh, dieses Gekribbel. Boah. Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras wilden Pokémon. Und ich sehe schon welche, die kenne ich nicht. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast ja Felori. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du... Das hier einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Du erhältst fünf Pokébälle. Pokébälle wurden in der Pokéball-Tasse verstaut. Färg. 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 Wenn du in einem Kampf gegen ein wildes Pokémon den X-Knopf drückst, kannst du einen Pokéball werfen, um einen Fangversuch zu starten. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es durch Angriffe schwichst, bevor du einen Pokéball wirfst. Na dann, werfen wir mal einen Pokéball, nachdem wir einen Angriff gemacht haben. Ich weiß nicht, also ich gehe mal davon aus, ich soll Färguli fangen. Wenn ich jetzt zum Volltreffer lande, ist es dann... Ah, schade. Ich könnte es natürlich auch einfach besiegen und mich einfach mal so dem... Ich glaube, ich mache das. Ich widersetze mich. Ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, Neemila ist böse und sie manipuliert mich dazu, irgendwelche Dinge zu tun, die am Ende nicht gut für mich sind. Da bin ich mir absolut sicher. Ja, deswegen besiege ich das Pokémon lieber und fange mir ein anderes Exemplar mit einem höheren Level oder so. Wow, sehr gut. Mit jedem besiegten Pokémon wird Färguli stärker und stärker. Ein Tipp, wirf einen Pokéball. Wenn das Pokémon fast besiegt ist, das erleichtert das Fang. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Du erhältst zehn Pokébälle. Nein, nein, sie will, dass ich denke, dass sie nett ist. In Wirklichkeit ist sie böse. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merk dir das, ja? Stell dich unterwegs, am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fang gleich mal aus. Ich meine ganz ehrlich, sie ist Champ geworden anscheinend, so von ihrer Biografie her. Aber jetzt fängt sie neu an. Vielleicht ist sie auch am Ende einfach sitzen geblieben. Und das hat ihr, also das hat ihr seelische Schmerzen bereitet und deswegen ist sie verrückt geworden und deswegen wird sie irgendwann überschnappen und dann ist sie die Böse. So richtig, sie macht eine richtige Transformation durch und, also so, weiß ich nicht, irgendwann kommt dieser, dieser, wie hieß das, Velo, Voli, Voldemort, ach wie hieß der denn nochmal? Volo, Yolo, Volo, genau. Ah, da macht sie so einen richtigen Volo-Moment durch, wo sie, also, dann absolut jede Kontenance verliert, überschnappt und dann, ah, dann wird sie ihr wahres Ich zeigen. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort rum können wir die Akademie sehen. Also ganz ehrlich, ich geh davon aus, dieses Spiel hat wieder irgendwo so einen Volo-Moment drin. Und ich will vorher rauskriegen, wer war's, wer und was, warum, wer und warum. So, wilde Pokémon, bla 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 bla, es kommt zum Kampf, aber ich kann auch die ZR-Taste nehmen, um einen Pokéball auf, äh, das Pokémon jeweils zu werfen. Sehr schön, schön, schön. So, äh, wir können natürlich auch, äh, Items sammeln, das ist ja cool und so. So, hier haben wir wieder Faircoolie. Oh. Ja. Okay, es ist Level 4, das heißt, äh, also, wenn ich jetzt das mache, zielen und werfen, dann könnte ich das Ganze nochmal versuchen, was ich gerade gemacht habe, aber diesmal möchte ich das Pokémon auch fangen. Routenschlag. Nein, die Verteidigung sinkt. Ganz ehrlich, ich wette, ich kann das auch fangen, äh, wenn ich's noch nicht mal halb geschwächt habe. Wir sind hier auf der ersten Route. In manchen Pokémon-Spielen oder in vielen Pokémon-Spielen ist es tatsächlich so, ich glaube, seit Generation 4 müsste es ungefähr sein, dass auf der ersten Route, äh, Pokémon immer gefangen werden. Unabhängig von ihrem, ja, ihrer Fangchance. Möchtest du Faircoolie einen Spitznamen geben? Äh, ich hab da was. Nee, warte mal. Doch, ich nenne es. So. Ich glaube, es war mit einem Tee. Ich bin mir nicht sicher, aber für mich ist das jetzt Ferkel aus Winnie Pooh. Extra Eintrag für den Pokédex. So, ähm. Ja, Mist. Kann ich eigentlich schon Autokämpfe machen? Kann ich eigentlich auch? Aha, okay. Okay, da komme ich auch so hoch. Das bringt nichts. In Pokémon Archeus war es ja irgendwie so, man konnte durch einen Trick Wände hochlaufen. Super, Trank, okay. Oh, es geht nicht. Interessant. Ich kann auch nicht irgendwie meinen Pokéball in die Hand nehmen. Nee, ich kann das machen. Ich kann... Hilf! Was ist jetzt passiert? Kann ich das nochmal machen? Was tust du? Was tust du, wenn ich... Ah! Autokampf! So geht das. Ah, okay. Man muss dafür diese... Die R-Taste... Drücken anscheinend. Okay, okay. Da ist ein Hopspross. Aber ich möchte erst mal den Ball hier... Äh, Beleber. Hm. Ich würde sagen, ich greife mal das Hopspross da einfach mit Flomenik an. Was? Flomenik her zurück? Wieso? Das ist nur ein Hopspross. Mano. Okay. Oh, ein neues Pokémon. Und anscheinend habe ich gerade ein Item bekommen, ohne es so richtig mitzubekommen. Level 2 Hopspross. Na, das schaffen wir. Oder auch nicht. Mein Pokémon ist kaputt. Okay, dann setze ich mal Vercoolie erstmal auf die 1. Denn ich möchte jetzt das nicht... Ich kann mir ja erstmal weitere Pokémon fangen. Ich versuche mal Hopspross. Oh. Was mache ich denn da? Oh, falsche Taste. Jetzt... Ich habe ein riesen Problem. Ähm. Außer... Außer meine Vermutung klappt wirklich. Und auf dieser Route kann ich einfach Bälle werfen. Wie ist das so runterrutscht? Also sehr herrlich. Warte mal, das Hopspross hat gerade schon Schaden genommen. Ach so. Das ist ja witzig. Okay, wir haben jetzt ein Level... Ein Hopspross. Wir haben eigentlich schon ein Pokémon im Team vom Typ Pflanze. Von daher... Hopspross ist... Wird zu Papunga. Ja. Hip-Hopspross. Wie wäre es damit? Das ist so ein richtiges Rapper-Pokémon. Hip-Hopspross. Oh Mann. Es klappt sogar. Nice. Sehr schön. Hopspross. Ja. Wir gehen einfach von denen, äh... Von der Entwicklungsstufe aus, auf der wir sie fangen. Sie werden sich niemals weiterentwickeln. Ha, ich werde immer B drücken. Nein, wäre ich natürlich nicht. So, wir haben hier weitere von denen. Okay, ähm... Dann würde ich erstmal hier Items vielleicht mal suchen wollen. Oh, 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 oh! Oh, cool. Oh, nicht cool. Das ist ein Pummel. Pummel ist das doch... Wie hieß das? Pummel? Generation 6 XY. Luschen-Pokémon. So, ähm... Wir haben sogar noch Beleber. Das heißt, ich kann ja einfach mal... Nein! Okay, gut. So. Okay, ich hole mir Pummel. Einfach, indem ich versuche, einen Pokéball zu werfen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es müsste reichen. Nice-Ki. Okay, ähm... Könnte sein, dass wirklich auf dieser Route noch alle Pokémon mir... Hörig sind, wenn man so möchte. Ich werde das einfach mal damit ausprobieren. Pummel, oh Gott. Ja gut, ist einfach Pummel zu nennen. Murmel. Ich nenne es Murmel. Ich werde sowieso die meisten davon austauschen, weil sie einfach lausig sind. Ich kann auch nicht ein ganzes Team von Route 1 Pokémon nehmen. Boah. So, okay. Oh, ich kann wieder schleichen. Okay, ähm... Ich will aber gar nicht schleichen. Okay, ich will kein Dartiri Level 2. Ich will mindestens als Level 4. Ah. Ein Dartiri. So, ähm... Ja, nächster Pokéball, würde ich mal sagen. Tschuuu. Eins, zwei, drei... Wir sind dabei! Okay, Dartiri wurde gefangen. Äh, wir haben da... Äh, dieses komische... Kribbel-Krabbel-Vieh. Da hinten. Das hab ich, glaub ich, auch noch nicht. Dartiri. Hm. Ich hab ne Idee. Ich weiß, wie ich's nenne. Äh, nee. Nicht... Warte mal. Es wird zu Dartignis, glaub ich. Äh... Und dann zu... Ich weiß es nicht mehr. Ich nenne es einfach Haratiri. 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 Nein. Um Gottes Willen. So, ähm... Okay. Eigentlich müsste ich ja mal weiter in der Story gehen. Aber auf der anderen Seite... Oh. Was war da? Da war was. Ich hab da was gesehen. Ah, da ist es. Da ist es. Es ist... Mir nicht bekannt. Dann nehm ich's mir mal. Dann hol ich's mir. Ach, das ist das vom Anfang. Ja, 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 ja. Okay, gucken wir mal, ob wir, äh, weiter in Pokémon Glück haben. Obwohl wir das... Ich vermute mal Pikachu dieser Generation fangen. Und... Uh, nein, es bricht aus. Okay, ich habe nicht die Route 1, äh... Rüstung. Wenn man so möchte. Okay, ich versuch's weiter. Es kann ja nur besser werden. Und jetzt hat das eine Fangrate von 1% oder so. Nein, hat es nicht! Ha! Boah, der Pokéball dahinter ist aber größer als der. Naja, was soll's. So, so. Also, deswegen können in Pokébällen, äh, Pokébälle sein. Ach, Parmo heißt es. Äh... Na, dann mach ich doch... Nenn ich es einfach... ...Pamouflage. Hm. So. Ja, Parmo ist, äh, eindeutig Kurzform für Pamouflage. So, äh, wir haben ein... Wieso kriegen wir hier Beleber? Wieso kriegen wir hier Items, die wir sonst teuer kaufen müssten? Gleich mal so am Anfang. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, wir haben... Pamouflage ist, äh... ...ziemlich weit oben schon vom Level her, weil es gerade mit Level 5 gefangen wurde. So, Hopspross haben wir auch schon auf Level 5 bekommen. Piglet ist sogar auf Level 6. Ich würde mal sagen, wen nehmen wir denn an, an, an die Spitze? Ich muss ehrlich sagen, ich mag Dartiri, weil das ein, äh, Feuer-Pokémon ist oder zumindest irgendwann wird. Das ist, äh, vor allem auch interessant, einfach mal zu sehen, was passiert denn, wenn ich das auf einen... ...Hopspross schicke? Rums die Bums! Oh. Es greift noch andere Pokémon an. Die da in der Umgebung rumlungern. Ist ja krank. Boah. Warte. Das macht jetzt so eine ganze... Uuuuh. Uhuhu. Okay. Komm, hol dir das letzte auch noch. Oh, yeah. Oh, das hast du gut gemacht. So, was haben wir denn hier jetzt eigentlich noch? Ein Level 2 Pokémon. Ja, dann wird es einfach mal... ...umgekillt. Okay, es ist ein Käfer-Pokémon wahrscheinlich dann. Oder... ...ein ganz komisches, äh... ...ein ganz komisches Pflanzen-Pokémon. So, haben wir... ...haben wir irgendwo nochmal dieses... Ah, da ist es. Na, welches Level? Tarnudel. Äh, ach so. Tarnundel. Äh, Vorsicht. Nicht die falsche Taste. Ich möchte es fangen. Ich möchte einen Tarn... Äh, ganz ehrlich. Ich nenne es definitiv Tarnudel. Da könnt ihr nichts gegen tun. Ha. Ist ja sowieso kein Stream. Aber, ähm... Ja, das wird noch interessant werden. Beim Stream würde ich ja eigentlich gerne wollen, dass, äh... ...sich, äh, auch, ähm... ...die Zuschauer vielleicht mal so ein paar Wortwitze ausdenken. Wenn nicht, dann muss ich da halt ran. So. Aber auf jeden Fall, das ist eine Tarnudel. Es, äh, es sieht auf... Also, ganz ehrlich, ich hätte das... Ich hab das gerade erst wirklich falsch gelesen. Tarnudel. Und ganz ehrlich, äh, ich finde, es... Es passt auch so. Das ist so wie... Wie Spaghetti aufgewickelt auf einer Gabel sieht das aus. Juhu, ich hab ein Tarnudel. So, jetzt ist halt nur noch die Sache. Momentan ist mein Team wohl voll. Das heißt, Tarnudel wird wahrscheinlich nicht weiter, äh, trainiert. Ah, wäre ich mein Starter dafür opfern? Oder lass ich's? Hildegard, na, hast du das Fangen von Pokémon schon drauf? Lass mal sehen, wie viele Pokémon du dir schon geschnappt hast. Boah! Achso. Groah! Grau. Grau. Stand da. Was war das? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Groah! So einen Ruf hab ich noch nie gehört. Vielleicht war's ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns herausfinden, woher der Ruf kam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und dein Smart Rot Home hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber pass entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja? Das Smart Rot Home hat eine Sicherheitsfunktion. Gut, dass sie mir das sagt. Dann würde ich doch glatt runterspringen. Aber hab ich das nicht... Hab ich das ausgestellt? Ich hab das so ausgestellt. Guck mal, da oben. Da gibt's Items. Wie komm ich da ran? Ich komm da nicht hoch. Vor allem von der Farbgebung her sieht das gelb aus. Das wird wahrscheinlich eine TM sein. So wie auch in Schwertschild die TMs schon so aussahen. Äh, was hab ich denn jetzt momentan vorne? Da, Haratiri. Na dann, los Haratiri. Okay. Aber 10 EP. Gibt's denn wirklich so wenig EP fürs Kämpfen? Oder muss ich das Pokémon richtig eingreifen, damit's mehr gibt? Ich weiß doch nicht. Es kommt mir ja irgendwie so... Es sieht mir so wenig aus. So, wir sollen also... Da hin? Anscheinend. Es wurde eine Cutscene getriggert. Ist das... Der Strand? Es ist der Strand! Oh, Hunduster! Hon, hon, hon! Das ist bestimmt der Endgegner. Das ist, äh... Also das, das ist das böse Pokémon. Es sieht nur grad nicht böse aus. Vielleicht ist doch das der Endboss. Wer weiß. Also, ganz ehrlich, alles... Also, seit, äh, Pokémon Sun und Moon kann wirklich alles ein Endboss sein. Oder, oder der, der, der große... Das große Mastermind. Es könnte jetzt, äh, Nemila sein. Es könnte, äh, Professor Claywell sein. Es könnte sogar die eigene Mutter sein. Mensch, rein theoretisch, in diesem Spiel könnten sogar wir der Böse sein. Ich muss nur noch rausfinden, warum. So. Bei dem Pokémon weiß ich noch nicht viel, aber wir werden es noch, äh, rausfinden. Ja. Auf jeden Fall ist es das Boxart-Pokémon. Soweit ist es schon mal klar. Äh, Mirai-Don. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Einen Trank. Einen Supertrank. Einen Beleber. Ich geb ihm einen Beleber. Das scheint es nicht zu wollen. Probiere es mit etwas anderem. Ich geb ihm das Smart Rotom. Das scheint es nicht zu wollen. Ah. Nein. Pummel-Puder. Einen Tarundelfaden. Nein. Ich glaube nicht, dass es das ist. Die Amrena-Beere. Gibt doch, nimm doch eine Amrena-Beere. Natürlich nicht. Ja, okay, es ist das Sandwich. Es ist das Sandwich. Es ist eindeutig das Sandwich. So eine Frechheit. Frisst mir das Pokémon einfach das Sandwich weg. Also das wäre wirklich so eine, so eine richtige Villain-Backstory. Ähm, dass man böse wird, weil einem, von einem Pokémon, man das, äh, Schnitzel, wollte ich gerade sagen. Nein, das Sandwich weggefuttert wurde. Ja. Da ist sie. Da ist er wieder gewesen. Der Schönheitsfleck. Jetzt kriege ich auch bald Hunger. Ich hätte auch kein so ein Sandwich. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ich weiß nicht, wie ich das sprechen soll. Eigentlich, äh, so, so technisch, wie es aussieht. Ach ja. Eindeutig. Ach, ein futuristisches Pokémon. Ich meine, da steckt ja das Wort Zukunft sogar drin. Ach ja. Ach ja. Magia. Boah. So, jetzt. Und jetzt kriegen wir dieses Pokémon, es ist gleich Level 100 und damit ist unsere Reise beendet. Hm. Ich meine, nur weil wir ihm ein Sandwich gegeben haben. Ist ja klar. Das ist doch... Ich finde das so komisch, dass man am Anfang des Spiels die direkten Legendary kriegt. Also ich fand das schon so ein bisschen komisch in Pokémon Omega, Rubin, Alpha, Saphir, als man dann auf einmal Latios oder Latias bekommen hat. Das war mir nicht geheuer. Und jetzt kriegen wir hier gleich direkt es mit einem... Also das Beste, was passieren kann, ist, dass dieses Pokémon, nachdem es uns hier durch die Höhle geholfen hat, flieht. Denke ich. Aber auf der anderen Seite, die Trailer sagen halt, man kann auf diesem Pokémon reiten. Und ich denke mal, das macht man nicht erst irgendwann am Ende. Boah. Es dauert. Hey, Heldegard! Hier bist du also. Ist alles okay? Geht's dir gut? Geht schon irgendwie. Puh, zum Glück. Ich hab mir wirklich Sorgen gemacht. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Ach, das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie du da wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann ich eins meiner Pokémon wieder hier rausziehen. Vielleicht. Eventuell. Auf jeden Fall gibst du dir ein Item. Äh, was ist das denn für ein Pokémon? Es schaut dich immer so an. Vielleicht ist es wildes, dass du ihm folgst. Oder so. Boah, krass. Wahnsinn. Das Pokémon könnte so stark sein wie meine eigenen. Oder sogar noch stärker. Okay, wir haben hier Mangunior. Ne, Level 2. Kannst du... Oh. Ach, ich fang's einfach. Warum nicht? Kann ich hier wenigstens einfach einen Pokéball werfen und es bleibt drin. Komm, bleib einfach drin. Dann hab ich dich wenigstens. Dann, 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 dann bin ich damit durch. Hm. Wie, wie, wie nenne ich denn Mangunior jetzt? Oh, mir würden so einige Sachen einfallen. Ähm. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie am ehesten will ich gerade es Chelmi nennen. Ich mein, es gibt auch die Möglichkeit, es, äh, Gamschu zu nennen, aber im Englischen heißt die Weiterentwicklung halt wirklich Gamschus bereits. Also, das wäre zu einfach. Dann ist es halt Mangunior, Spector Chelmi. Die Weiterentwicklung davon. So, du wirst einfach nur besiegt. Hat es gerade das Item aufgenommen? Ich hoffe, es hat das Item aufgenommen, denn ich habe es selbst nicht aufgenommen. Ach ja. Oh, ist das ein... Das ist ein Dick da. Ein echtes Dick da. Aus den Trailern weiß ich, es gibt noch ein anderes Dick da. Aber ich will lieber dieses Dick da. Äh, versuchen wir es einfach mal mit einem Pokéball. Äh, Dick da hat, glaube ich, aber ne... Nicht so niedrige Fangschu... Äh, nicht so hohe Fangschu... Also... Was ist denn das? Niedrige Fangrate gleich, äh... Niedrige Fangschu... So rum. Hohe Fangrate gleich hohe Fangschu... Ich glaube, so ungefähr war das. Äh, ja... Digg da. Digg da. Ähm... Tja, mache ich jetzt... Nehme ich jetzt einen Namen, bei dem ich da eine Anspielung, eine Böse drauf mache? Äh... Neh, neh, ich nenne es einfach nur Dreck da. Dreckdry. Nein, also es gibt ja so schöne, ähm... Jokes darüber, was sich eigentlich unter der Erde befindet bei Dick da. Und das ist das Wichtigste. Ähm... Aber nein, das werde ich natürlich jetzt mal... Dem Jugendschutz zuliebe nicht tun. Und da haben wir wieder ein Mangunioa. Das war einmal nix. Puh. So. Komm ich hier nicht durch... Ach, das ist ja... Schrecklich. Schrecklich ist das. So. Oh. Da kommen Hunduster. Ganz, ganz viele Hunduster. Ich will sie fangen, bitte. Bitte, bitte, bitte. Na, na, na. Oh. Na gut. Die Hunduster in dieser Höhle sind bla bla bla. Es beruhigt mich zwar bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, was sie gesagt hat. Ich hoffe, ihr konntet mitlesen rechtzeitig. Oh, das ist so schlimm. Ah, hier übrigens. Wir haben hier Tiberium gefunden. Huch. Kennt das noch jemand aus Command & Conquer? Ganz ehrlich, das sieht so aus, als wäre das Tiberium. Tiberium, äh, um euch da mal eine kleine Stunde. Oh, warte mal. Wow, das hat reingehauen. War das echt eine normale Attacke? Der Fels ist weg. Ähm. Ne, äh, Tiberium ist ein, äh, 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 Mineral. Ein, immer, also nicht imaginäres. Das ist ein fiktives Material, äh, Mineral aus, äh, der Command & Conquer Reihe, äh, welches, äh, irgendwann mal am italienischen Tiber Fluss, ähm, oder am Tiber in Italien gefunden wurde. Das erste Mal, das sich ausgebreitet hat, indem es, ähm, ähm, Mineralien im Boden aufgesaugt hat und dadurch gewachsen ist und, äh, ja, die Geschichte dreht sich darum, dass der Planet immer weiter davon, äh, verschlungen wird. Und, äh, äh, ähm, äh, 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 ähm, die das gern abernten wollen. Ähm, weil es eben, äh, äh, alles, alles was so an Mineralien und, äh, äh, Ballaststoffen im Boden ist, direkt in sich aufnimmt und, äh, ähm, dadurch ist es auch ein super Energieträger. Aber ich vermute mal nicht, dass es sich hier um Tiberium handelt. Denn das wäre auch noch gefährlich für Menschen. Sozusagen giftig. Pass auf, Hildegard, da kommt irgendwas. Achtung, hinter dir. Tja, ja, ein Hunde... Oh Gott. Was für ein ungleicher Kampf. Level 40. Deine Hände zittern so sehr, dass du keine Items aus dem Beutel hervorholen kannst. Ich hasse diese gescripteten Kämpfe. Das ist schon in Pokémon Schwert Schild irgendwie nicht lustig gewesen. Es setzt Knirscher ein. Und anscheinend ist das Pokémon einfach in seinen Pokéball zurückgekehrt dadurch. Oder wurde es sogar besiegt. Und das wäre witzig, wenn du das Pokémon so überleveln könntest, dass das nicht passiert. Aber das Blöde ist, die haben das so gescriptet. Ich mag das nicht. Das ist immer so unlogisch. Auch wenn es natürlich der Story hilft, aber es ist nun mal nicht logisch. Wenn du rein theoretisch das Pokémon mit irgendwie stundenlang diese Kämpfe, diese Autokämpfe machen, hochleveln könntest. Aber jetzt geht's erstmal darum, die sind umzingelt von Hundustar. Und es rettet uns! Hey! Hier oben! Komm schnell! Ja! Vorsicht! In seiner Zivilisation, also der Pokémon-Welt, aus der es selber kommt, der Region oder was auch immer, könnte Klatschen vielleicht als Kriegserklärung verstanden werden. Sollte man immer aufpassen. Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Das wurde richtig brenzlig. Ja, was soll ich denn machen? Ich wäre im Zweifelsfall ohnmächtig geworden und wäre dann zu Hause bei meiner Mama gelandet. Oh nein! Es hat sich zurückverwandelt. Boah! Ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht ist es erschöpft, weil es seine ganze Kraft aufgebraucht hat. Und was für ein Pokémon ist das überhaupt? Es sieht ein bisschen wie ein Mopex aus. Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Und dann hat es auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, es geht ihm gut? Nein, eigentlich nicht. Du weißt es also auch nicht? Hm, aber zum Glück ist dir nichts passiert. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du und das seltsame Pokémon. Ihr wart ganz im Einklang, als ihr gegen Hundemohnen... Hundemohnen... Nein, gegen diesen Hundesohnen gekämpft habt. Was? Hast du ihm gar nicht gesagt, was es tun soll? Ich hätte gedacht, es wäre jetzt dein Pokémon. Aber wohl doch nicht. Doch, es ist jetzt mein Pokémon. Ich will es behalten. Nein, ich will es nicht behalten. Nein, ich will es nicht behalten. Ich will vielleicht... Also, kommt drauf an. Wenn ich darauf reiten kann und dadurch schneller durchs Land komme, will ich es behalten. Wenn es mich overpowered macht, will ich es nicht behalten. Oh, schau mal. Es scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. Ein Glück. Der mysteriöse Ruf vorhin. Meinst du, er kam von diesem Pokémon hier? Man, oh Mann. Je länger man es anschaut, desto seltsamer wird es. Ich möchte auf jeden Fall gegen es antreten, wenn du es trainiert hast. Lass uns am besten mal unsere Handynummern austauschen. Nur für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Das ist so eine ganz, ganz schlechte Anmache. Ganz plump. Ich hätte gerne deine Telefonnummer. Zwinker, Zwinker. Und hier, mit diesem Item kannst du einem Pokémon eine Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner bestimmt hilfreich sein wird. Sternschauer. Ne, Sternschauer ist nicht hilfreich. Interessant, dass da eine Null, also dass die drei, äh, also dass die TM, der TM-Name dreistellig war, äh, die TM-Nummer. Interessant. Also gibt es mindestens über 100, vermutlich. Sternschauer. Wir wissen, wie Sternschauer geht. Überleg dir allerdings gut, wie du es nutzt. TMs kannst du nämlich nur einmal einsetzen. What? Seit Generation 5 kann man TM's die ganze Zeit einsetzen. Und dann wurde das in Schwert und Schild mal, äh, so ein bisschen aufgeweicht, indem man, äh, TPs hatte. Was ich, ehrlich gesagt, ganz cool fand. Und jetzt kann man TM's wieder nicht mehr unbegrenzt einsetzen. Ah, verstehe einer das. Ich hoffe, es gibt eine gute Erklärung dafür. Aber jetzt sollten wir uns, äh, den ganzen, nach den ganzen Strapazen erstmal ausruhen. Komm, legen wir auf dem Leuchtturm eine Verschnaufpause ein. Ja, bitte. Ich bin schon anderthalb Stunden am Aufnehmen. Ich hatte eigentlich mit einer gerechnet für mehr Content. Ah, in anderen Spielen hättest du da schon an dem Punkt die ersten drei, vier Arenen durch. Und hier, nicht eine einzige. Ist das etwa... Was machst du denn hier draußen? Der ist eindeutig der Bösewicht. Das ist der, der Mega-Villain. Der sieht schon so aus, so, 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 wie er so über seine Schulter zu uns guckt. Das hat nichts, nichts mit euch zu tun. Moment, dich kenne ich doch. Pepper, richtig? Pepper, der Prepper. Deswegen auch der große Rucksack. Aus dem geisteswissenschaftlichen Zweig. Du hast, äh, bist doch der Pro- Sohn von diesem Pokémon-Professor. Professor Futurus. Okay, der ist also das Kind des Professors. Lass meinen Vater aus dem Spiel, ja? Ich will wissen, was dieses Ding hier macht. Und dazu auch noch in dieser Form. Äh, es hat mich gerettet. Wir haben, äh, wir haben einen selbstsamen Ruf gehört und wollten der Sache nachgehen. Aber dann ist Hildegard die Klippe runtergestürzt. Dieses Pokémon hat ihr geholfen. Ich glaube, es hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht und sieht deshalb so aus. Aber du hättest sehen sollen, wie stark es war, bevor es seine Form gewechselt hat. Ich weiß schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Mirai-Don ist die, die es im Kampf annimmt. Dieses Pokémon heißt Mirai-Don? Woher weißt du das? Ja, ja! Du kannst nicht ins Labor, die Tür ist abgeschlossen. Dein Gesicht sagt mir rein gar nichts, aber der Uniform nach bist du auch an der Akademie. Mirai-Don ist kein Pokémon, das sich von jedem dahergelaufenen Trainer rumkommandieren lässt. Ach ja? Was für ein Pokémon ist es denn? Lass mich erstmal testen, ob du überhaupt das Zeug dazu hast, dich um es zu kümmern. Na, traust du dich? Du hast einen Funken mehr Motivation, als ich dachte. Bei einem Kampf komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Pokémon-Trainer Pepper fordert dich heraus. Gibt es dann auch noch Salt? Ein anderes Kind des Professors namens Salt. Ist das vielleicht in der anderen Version so? Ihr habt da ein paar unschöne Erinnerungen in mir geweckt. Dafür werde ich mich revanchieren. Was habe ich denn gemacht? Den Vietnam-Flashback ausgelöst? Oh Gott. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist aber auch nicht so in der Linie effektiv. Also, es ist normal effektiv, aber... Ach, ist ja auch egal. Hauptsache ich gewinne mit meinem Haratiri. Warte mal. Ich habe doch dieses mit den Attacken später lernen eingestellt. Jetzt ist es Level 7. Vielleicht kann ich ja schon eine neue Attacke lernen. Oh, ist das sogar Level 8. Dann kann ich bestimmt eine neue Attacke lernen. Pepper wurde besiegt. Pepper Ann, Pepper Ann. Nennenennenennenennenennenennenennen. Ein bisschen was scheinst du ja auf dem Kasten zu haben. Ja, das ist richtig. Günther. Hm. Spitze gekämpft, Hildegard. Mit einem gerade erst gefangenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Naja, wenn du dieses Pokémon wirklich in deine Obhut nehmen willst, wirst du das hier brauchen. Mit diesem Pokéball kannst du es unter Kontrolle bringen. Ich erhalte Miradons Pokéball. Was? Alter. Du gibst mir einfach den Pokéball, dieses Pokémon. Ich habe gerade gegen dich gekämpft. Ich könnte jeder sein. Und davon mal abgesehen. Warum willst du es nicht? Äh. Und warum genau hast du sowas? Puh. Endlich bin ich das Ding los. Man sieht sich. Hey, ich habe dir eine Frage gestellt. Da ist er weg. Dann halt nicht. Wir sehen uns in der Akademie. Blablabli. So ein komischer Typ. Aber er scheint einiges zu wissen. Wenn ich ihn das nächste Mal erwische, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht kann ich so ein paar Antworten aus ihm herausquetschen. Komm, gehen wir auf den Leuchtturm. Von dort oben können wir die Akademie sehen. Ja. Na dann, ab auf den Leuchtturm. Ich meine, ich könnte ja unmöglich die Akademie von hier aus sehen. Da hinten ist eine Akademie, glaube ich. Wenn das dasselbe ist. Ich meine, in der Richtung ist überhaupt nichts. Huch. Huhu. Okay, südliche Zone 1. Und hier ist nichts. Außer sie hier. Ja, ich sehe diese Akademie. Die habe ich gerade eben schon gesehen. Schau mal, da hinten liegt Messalona City. Messalona. Leona City. Hm. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Ich freue mich schon total darauf, mit dir in einer Klasse zu sein, Hildegard. Ach ja. Unterricht. Boah. Hey, das ist die Gelegenheit, noch mehr über Pokémon-Kämpfe zu lernen. Ah, die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig, findest du nicht? Nein. Äh, ja, finde ich nicht. Berge, saftig grüne Wiesen und dichte Wälder, soweit das Auge reicht. Und in dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Also in diesem Sinne, willkommen in Paldea. Okay, wie du siehst, ist es noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Aber ich sehe da unten eine, äh, Tankstelle. Und da hinten ist auch sowas, das sieht nochmal so aus. Da oben, oben rechts, da, äh, kleinen Moment. Da drüben. Da neben meinem Finger, da ungefähr. Warte mal, so. Da. Da ist ein, äh, ich krieg's noch hin. Da. Okay. Lass uns erstmal nach Protolido gehen. Das liegt auf dem Weg. Yay. Auf geht's. Da bin ich auch mal gespannt. Von dem Ganzen. So. Aber vor allem, ich wollte doch eigentlich jetzt, an, also, ich hätte jetzt gedacht, dass ich wenigstens an der Akademie schon nach anderthalb Stunden bin. Vielleicht bin ich wieder einfach zu langsam für alles. So, wir haben hier Falkuli und wir haben jetzt das und dies und jenes. Ich mach jetzt einfach ein paar Autokämpfe, damit mein Pokémon gelevelt wird, während ich hier durchlaufe. Und da auch nochmal, gegen Hopspross. Komm, lass uns kämpfen. Warte mal. Warte mal. Boah, das ist das beste Pokémon-Spiel aller Zeiten. Es hat nicht mehr die Regelung, dass man, äh, Pokémon-Camp-Trainer, äh, also, ist das jetzt... Ganz ehrlich. Okay, wenn ich ihn anspreche, dann, äh, kommt es zu einem Kampf. Aber nicht, wenn ich, äh, ihm in die, in die Blickrichtung laufe. Ich find dieses Spiel gut. Wenn das so weitergeht. Also, wenn das jetzt wirklich immer so ist. Ist das richtig nice. Jetzt hab ich überhaupt kein Problem damit. Oh nein. So, besser. Jetzt, das, das dürfte gut sein. Das ist, das ist gut. Da sieht man dann auch, ähm, da müsste man alles sehen. Wenn ich meinen Kopf hierhin stecke. So, und ich gewinne. Ah nein, ich, er, er muss weiter runter. So. Irgendwie so. So ungefähr. Aha. In Paldea sprechen sich Trainer an, wenn sie gegeneinander kämpfen wollen. Nur vom Treffen zweier Blicke weiß man doch, äh, gar nicht, was Sache ist. Sehr geiles Spiel. Ich werd nicht einen einzigen Trainerkampf machen, wenn ich nicht muss. Oh boy. Oh boy. Ah, schönes Spiel. So, ähm. Ich würd mal sagen, auch wenn's hier Entons und so weiter gibt. Apropos, äh, Entons, Entonses. Ah, das ist, äh, das ist Spanisch übrigens. Äh, nein, ich wollt nicht bewegen. Ich wollt Bericht, äh, ich wollte mal gucken. Hier sind die Attacken. Okay. Ah, und ich kann an alte Attacken erinnern. Ruckzuckieb. Ja, nehmen wir. Klaro. Klaro. Oh, si, klaro. Ähm. Kann unser Flomenik was Neues? Bis? Gerne. Gerne, gerne. So, äh, gut. Bei den anderen geh ich mal davon aus, da wird jetzt noch nicht so viel dazukommen. Ich würde auch mal... Ne, ich möchte ehrlich gesagt Haratiri lieber haben. Aber andererseits mit Flori kann ich jetzt gerade... Die Entons wenigstens platt machen. Und die Azuril vielleicht. Äh, nee, Azuril ist gar kein Wasser, ne? Das ist doch normal Fee oder so ähnlich. Los, Flomenik. Mach sie alle fertig. Und ich kann hier schön, äh, Items aufsammeln gehen. Oh, das ist schön. Dann gibt's einfach mal EP dafür. Einfach dafür, dass ich nur... Oh, cool. Oh, wie süß, 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 süß. Ich will doch eigentlich gar kein Pokémon fallen, aber... Seesokids. Das sind Seesokids und das sind so süß. Süesokids. Ich nenne es Süesokids. So. Bis Attacke. Hm, Level 7 ist es sogar schon. Also das... Ganz ehrlich, ich brauch doch... Also ich hab doch schon Hopspross. Ich hab doch schon... Will ich wirklich ein Süesokids in meinem Team haben? Oder will ich es eigentlich bloß gefangen haben? Oh, das ist so schwierig. Ich will ja ein ausgeglichenes Team haben. Oh, das ist so ein süßes Pokémon. Aber Cronioville sieht jetzt am Ende auch nicht so süß mehr aus. Seesokids schon, aber... Hm, Mann, oh. Ich lass Seesokids einfach in der Box verrotten. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ansonsten, äh, in die Kommentare, äh, mit welchem Team soll ich weitermachen morgen? Süßokids. So. Es ist so ein süßes, süßes kleines... Oh, das ist so. Oh. Aber auf der anderen Seite, es geht ja nicht nur um süße Pokémon bei einem Pokémon-Team. So. Mein Pokémon ist jetzt wieder fit. Ja, und? Ich muss dich ja ansprechen, damit ich mit dir kämpfen kann. Okay. Ein neues Pokémon. Muss auch leider in die Sammlung. Oh, und dahinter ist ein... Knuddel-Luff. Ne, ein, ein, ein. Fluffel-Luff. Hefel. Das war in einem Trainer... Äh, Trailer, nicht? War? Machen wir mal ein Biss. Und gucken, was es abzieht. Oh, ist ja nicht so effektiv. Warum ist das nicht so effektiv? Das ist ja schlecht jetzt. Äh, machen wir mal ein Blattwerk und hoffen. Blub, 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 blub. Na, es ist paralysiert. Na, super. Nicht schön, gar nicht schön. Und? Angriff sinkt. Na ja. So, versuchen wir es mal. Holen wir uns Hefel. Und danach... Fluffel-Luff. Ich weiß nicht. Ich will nicht die ganze Zeit jetzt hier Pokémon fangen. Nachher sind drei Stunden rum und ich bin immer noch nicht an meinem Ziel angekommen. Also, es ist interessant. Ich werde die, glaube ich, mal alle in den... Äh, also ich werde die mal alle bekämpfen und hoffen, dass sie dann dadurch, äh, zumindest im Pokédex... Achso, Hefel. Äh. Tja, gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wo, wo überhaupt der... Äh, also... Warum Hefel ausgerechnet? Ja, es ist ein Häufel. Es macht Häufchen. Äh. Ich habe echt keine Ahnung, warum es... Also, Hefe verstehe ich, aber wo das L am Ende herkommen soll. Was... Also, normalerweise ist ja ein... Ein... Äh, sind Pokémon-Namen Kofferwörter in den meisten Fällen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das bei Anton der Fall wäre. Aber... Ach, das ist so schlimm. Wollte ich nicht eigentlich was anderes machen, als hier die Pokébälle aufsammeln? Sammeln. Da sind wieder Dartiris. Dartiri... Äh, da ist wieder ein Parmo. Nein! Oh, ich... Ich muss das fangen. Ich muss das mal... Sorry, aber... Geht nicht anders. Das ist... Notdünger von Trassler wirkt. Ich glaube, Notdünger wird Trassler nicht viel bringen. Aber, ganz ehrlich... Und das ist... Definitiv ein Pokémon, das ich haben möchte. Und glücklicherweise ist es noch, äh... Also, kann ich noch ein Pokéball einsetzen und das ist nicht tot. Definitiv. Also, einfach weil... Trassler mittlerweile... Ein... Ein Markenzeichen Pokémon von mir sozusagen sein könnte. So, und das kommt auch ins Team. Trassler kommt ins Team. Und... Ähm... In Erinnerung an die guten alten Zeiten. Das ist überhaupt kein Wortspiel. Heißt das Saku. Hat was, äh, mit, ähm... Anderen Streams von mir zu tun. So. Okay, äh... Ich wollte noch... Ach, da ist ja noch eins. Mensch. Aber gut, ich wollte ja eigentlich Fluffeluff haben. Ich wollte doch wenigstens erstmal bekämpft haben. So. Tschiu. Und... Sehr schön. Es, äh... Also... Ich geh mal davon aus, es wurde der Pokédex aktualisiert. Dadurch. Trassler Material. Oh, jetzt wurde Trassler auch... Äh... Hefelhaar. Gut. Ist ja... Ist ja auch egal. Ich wollte... Ich wollte eigentlich sowieso in die Richtung. Warte mal. Da ist ja immer noch eins. Fluffeluff. Sicher ist sicher. Puh. Auch da ist noch eins. Ja. Flumenik hat Fluffeluff besiegt. Das ist schön. Sehr schön. Und da sehen wir unsere Tankstelle. Hey. Hey, ich bin hier drüben, Hildegard. Das hier ist das Pokémon Center. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon Trainer. Aber sie können das sicher besser und genauer erklären als ich. Mit Vergnügen. Willkommen beim Pokémon Center. Ich kümmere mich darum, deine Pokémon wieder fit zu machen. Direkt neben mir befindet sich der Pokémon Supermarkt. Dort kannst du alle möglichen Items erwerben. Zum Beispiel Pokébälle zum Fangen von Pokémon. Oder auch Tränke. Als Bezahlung für deine Einkäufe werden auch Liga-Punkte, kurz LP, akzeptiert. Ein LP entspricht einem Poké-Dollar. Das kann ich ungefähr bestätigen als jemand, der mit YouTube bisher noch nicht viel Geld verdient hat. An diesem Schalter hast du Zugriff auf die TM-Maschine. Hier kannst du technische Maschinen, kurz TMs, herstellen. Das heißt, es ist die Technische Maschinen-Maschine. Toller Name. TMs werden verwendet, um deinen Pokémon Attacken beizubringen. Um eine TM herzustellen, benötigst du LP, sowie von Pokémon hinterlassene Materialien. LP sind mega nützlich. Die kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Läden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, ich gebe dir welche ab. Ja, nice. Kriege ich einfach mal so LP. Okay. Leistungspunkte. Boah, wenn das Leistungspunkte wären, dann würden für einen Bachelor 180 davon ausreichen und für einen Master 120 weitere. Ich weiß nicht, ob das Teil des Plans sein sollte, dass man dann 5000 gleich am Anfang bekommt. Und die sind auch für dich. Pokémon Materialien. Nice. Mit der Freundeskreisfunktion kannst du... Achso, nee. Mit der Freundeskreisfunktion kannst du dich über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern zusammentun und dich mit ihnen ins Abenteuer stürzen. Schau. Achso. Schau immer gerne beim Pokémon Center vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Ja, ja. Vielen Dank für die tolle Erklärung. Ich habe mir... Ich habe keine Ahnung, wann die mal gewechselt haben wieder. Brauchst du mal eine helfende Hand? Komm zum Pokémon Center gerannt. Hast du mal keine helfende Hand, dann bohr ein Loch und... Das kommt noch manchmal in Tests dran, also merkst du dir besser. Oh, und wenn du dich ein bisschen an deine Pokémon gewöhnt hast, kannst du ja mal versuchen, das... Das Pokémon an der Spitze deines Teams durch drückende R-Taste loszuschicken. Oh ja, das habe ich schon. Dann kann nämlich das Pokémon, mit dem du spazieren gehst, selbstständig Items aufsammeln oder gegen andere Pokémon kämpfen und so. Jo, nice, jetzt weiß ich das. Mensch. Cool, Autokampf und so weiter. Stärke und Typ sind anscheinend wichtig. Gut, ich soll mich nach Mesalona City begeben. Muss ich denn meine Pokémon... Mich würde mal interessieren, ob die AP beim Losschicken eigentlich verbraucht werden. Das wäre richtig krass, wenn nicht, denn dann könnte ich meinen Pokémon ständig losschicken, ohne auf dem Pokémon Center vielleicht angewiesen zu sein. Ah, wenn du nicht weißt, was du als nächstes zu hast, frag aber beim Pokémon Center um Rat. Jo, 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 jo. Bitte beehre uns bald wieder. Mal sehen. So, wir gucken uns schnell mal den Ort hier an und dann geht es auch gleich hoch zum nächsten, zur Akademie. Wenigstens kann ich einen Pokémon durch die Tür werfen. Das geht auch nicht. Ist das irgendwie, äh, verpönt, äh, in, in Paldea Tür, also in fremde Häuser einzubringen? Könnte das sein? Ich habe so das Gefühl, äh, die mögen das dort nicht. Guck mal, wir haben sogar hier draußen ein Pokémon Center. Das heißt, es gibt nicht mal Pokémon Center Türen. Bin ich da etwas großem auf der Spur? Wird in Paldea Privatsphäre etwa geachtet? Das wär's. Das, 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 das wär ja... Oh, Vadribi. Tja, schade, dass ich Haratiri habe. Und es ein Feuer-Pokémon ist, teilweise. Und Flug auch noch. Perfekt. Uh, und es ist auf Level 10 gestiegen. Können wir bitte weitermachen, dass es, äh, weiterhin angreift? Oder kommt so eine Kombo nur zustande, wenn... gewisse Sachen erfüllt sind. Hey! Sie hat alles gekauft, was sie braucht. Das ist aber schön. Okay. Anscheinend ist das gar nicht so einfach, hier an ein Vadribi ranzukommen. Pschuh! Yay! Aber guck mal, also mein Haratiri hat jetzt keine, äh, KP verloren. Es hat doch eigentlich bloß Pixar. Anscheinend sind die Attacken egal. Ähm, ich wüsste aber gerne mal... Oh, es kann jetzt Glut lernen. Oh, es kann jetzt Glut lernen. Okay. Ja, es wird wahrscheinlich bei den anderen Pokémon dann auch öfter mal sein, dass ich dann, äh, gucken muss, äh, welche Attacken können sie denn jetzt lernen. Hilfe, 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 Hilfe. Okay, Paraheiler. Aber da hinten war ja noch was. Okay, äh, erst mal Harakiri, Haratiri gegen... Achso, ich hab den Pokéball jetzt bekommen sogar. Äh, gegen Fercouli. Fercouli. Ganz ehrlich, ich find den Namen im Deutschen jetzt gar nicht mal so gut. Tatsächlich. Ich find ihn aber auch im Englischen nicht viel besser. Äh, im Englischen heißt es ja Le Chonk. Was eindeutig, äh, eine Anspielung auf ein Meme ist. Chonky Boy, sozusagen. Ähm, jetzt hat es gerade gar nicht das Pokémon angegriffen. Wieso eigentlich nicht? Naja, was soll's. Hauptsache es greift trotzdem an. Kann man anscheinend nicht so gut einstellen. Was ist das denn hier oben? Ich will da hoch. Ich will da hoch. Bringt es etwas... Oh. Das zu tun? Nein. Schade. Aber das wär witzig geworden. Äh. Ah, ich kann es trotzdem ansprechen. Eine Gierspenstmünze. Hm. Ja, immerhin. Kann ich es vielleicht auch... Hätte ich das auch mit meinem Pokémon, äh. Also hätte ich es einfach drauf schicken können. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, das Ganze. Was haben wir denn hier noch? Wer bist du denn? Erstmal gleich bist du kaputt. Sproxy. Ach, was ich noch gucken wollte. Genau. Bericht. Äh. 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 Volle AP. Das heißt, die Autokämpfe verbrauchen nicht mal AP. Anscheinend. Nein. Ein Vanera. Und ich mach's kaputt. Oh, ne. Interessanterweise, es wird anscheinend auch geheilt. Ist das gerade... Ist das gerade aufgefallen? Es hatte kurz mal, äh, KP-Verlust. Äh. Und dann war es wieder voll. Ich glaub, die Autokämpfe sind richtig overpowered. So, da haben wir wieder eine Tarnudel. Piu. Lechonk. Ja, aber ehrlich gesagt... Also vom... Abgesehen vom Namen Lechonk, hat halt dieses Pokémon nicht viel zu bieten. Also, es ist einfach nur ein Schwein. Tut mir leid. Es ist ein Schwein mit einem... Zumindest in der englischen Version... Lustig gemeinten Namen. Mehr... Sehe ich in dem Pokémon leider bisher nicht. Aber wer weiß. Vielleicht entwickelt sich's noch und wird besser. Ansonsten... Keine... Keine, äh... Designerische Meisterleistung, würde ich sagen. So. Ja, ich würde ja gerne meinen Pokémon heilen, aber es hat ja im Grunde nichts... Na, hast du Spaß am Kämpfen? Oh, weißt du, woran ich Spaß hab? Haha. An dir, mein Hübscher? Nein. Ähm... Hallo, ich... Hallo, ich seh Biene von der Pokémon-Liga. Hast du Spaß am Kämpfen? Wenn du in der südlichen Zone 1 gegen vier Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Du hast in der südlichen Zone 1 gegen einen Trainer gewonnen. Und wenn du gegen insgesamt vier Trainer gewinnst, bekommst du einen fantastischen Preis. Okay, äh... Jetzt merke ich, es könnte sich gegebenenfalls doch lohnen, gegen Trainer zu gewinnen. Ist halt die Frage, wie fantastisch ist der Preis denn? Oder ist er einfach nur so... Eher so, fantastisch. Oder ist er fantastisch? Okay. Gehen wir mal lieber in die Stadt, damit ich endlich, äh... So weit bin, wie ich hier kommen wollte. Ist ja schlimm. Zwei Stunden. Zwei Stunden für... Ich hab noch nicht mal das Intro fertig, wenn man so möchte. Also gefühlt hab ich nicht das Intro fertig. Hallo, Hildegard. Ach, da ist sie. Schon wieder. Na, sind deine Pokémon von den Kämpfen gegen die Trainer etwas unterwegs stärker geworden? Lass mich das gleich mal überprüfen. Mit einem Kampf natürlich. Na gut. Da ist schon wieder mein Gesicht im Weg. Vielleicht sollte ich es mal... Entfernen. Also... Ja, vielleicht sollte ich mir mal das Gesicht entfernen lassen. Jippie. Freunde, wie dich braucht jeder im Leben. Sie will mich einlollen. Sie ist der Bösewicht des Spiels. Eindeutig. Also dann, Hildegard. Der Kampf ist das Ziel. Was... Was wissen wir bereits über sie? Was uns irgendwie verraten könnte, dass sie, äh... So richtig böse wird. Sie hat eine große Villa. Das heißt, äh... Sie muss mit irgendjemandem verwandt sein, der schon so skrupellos genug ist, um sich das leisten zu können. Oder gut geerbt hat. Von jemandem, der skrupellos genug war, sich das leisten zu können. Ähm... Ach ja, Quacks. Oh. Das ist, ähm... Mein Pokémon. Ja, du schon ziemlich stark... W-w-w-w-w-w-w... Schickst du gleich ein anderes Pokémon in den Kampf? Ja, dann... Das ist so genau. Das hatte ich vor. Nein, ich, äh... Geh über auf Fluminik. Obwohl, ich hätte ja auch mal die anderen testen können. Hätte ich... Hätte ich machen können. Was ist das denn? Es ist... Es ist eine Musik. Es ist eine schöne Musik. Oh. Du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon voll drauf. Was für ein Siegeswille. Ja. Natürlich habe ich die Wechselwirkungen zwischen Pokémon drauf. Ich kann sogar jetzt Biss einsetzen. Falls immer noch genug Schaden macht. Hm, hm, hm. Frosch im Hals. So. Und als nächstes wird Pamo eingesetzt. Habe ich was gegen ein... Ich weiß ja noch nicht mal, was Pamo ist. Ich setze Pamo gegen Pamo ein. Okay, es ist Elektro. Habe ich was gegen Elektro? Äh, Pflanze. Pflanze ist auch gut gegen Elektro. Also, es ist im Vorteil, weil Elektro gegen Pflanze nicht sehr effektiv ist. Dann würde ich sagen, Blattwerk wegen dem Step-Bonus. Hey, Kämpfe gegen dich machen richtig Spaß. Zeit, meinen Ass aus dem Ärmel zu ziehen. Deinen Ass aus dem Ärmel. Darf ich übrigens sagen, das Spiel kann keine Grafik. Wie jedes andere Gamefreak-Spiel auch. Aber irgendwie... Also jetzt in dem Moment sieht es gerade um Längen besser aus als die ganze Zeit vorher. Die Terra-Kristallisierung kann die Stärke von Attacken eines Typs noch weiter steigern. Ja. Dollar-Schock. Hat ja sehr viel gebracht. Die Terra-Kristallisierung hat es echt in sich, selbst wenn die Attacken nicht sehr effektiv sind. Kann sie auch die Paralyse-Wahrscheinlichkeit erhöhen oder so? Naja, wenigstens macht sie nicht so viel Schaden. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Zugewinn war. Diese Terra-Kristallisierung. Ich gehe mal davon aus, wenn das Pokémon... Also, wenn es wirklich die Attacken nochmal verstärkt, dann gehe ich mal davon aus, dass man mit dem Step-Bonus nicht nur 1,5 Mal Schaden macht, sondern wahrscheinlich mehr. Ja, 1,5 mal 1,5 könnte 2,25 sein. Sie könnten auch abrunden auf 2. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Unglaublich, wie schnell du besser wirst. Wahnsinn, du hast einfach so gegen mich gewonnen, obwohl ich die Terra-Kristallisierung... Äh, Terra-Kristallisierung eingesetzt habe und du nicht. Oh, warte. Du kannst ihn auch gar nicht einsetzen, oder? Da lässt sich doch bestimmt was machen. Überlass das nur mir. Du hast so viel Talent, dass ich immer wieder vergesse, wie unerfahren du noch bist. Hier, diese Beleber gibt es als kleines Dankeschön für den tollen Kampf. Du erhältst drei Beleber. Ich kriege hier Beleber am laufenden Band. Ganz ehrlich, ich sehe das kommen, dass das Spiel mich so mit Medizin voll schmeißt, dass ich am Ende, weiß ich nicht, ich könnte einen Kampf so lange hinaus zögern, bis, weiß ich nicht, bis bei dem Pokémon nur noch Verzweifler übrig ist. Und dann killt es sich irgendwann selber. Außer es one-hitted alles von mir. Da bin ich ja sowieso mal gespannt drauf. Also, bei Pokémon-Spielen, der Schwierigkeitsgrad war bisher immer so lala und auch bei Schwert und Schild war das nicht anders. Bei Legends Archeus war es tatsächlich irgendwie besser. Weil, sag ich mal, mit dem ganzen, also so OP man war, die Level-Verteilung bei den Gegnern war auch sehr gut. Also, sehr hoch skaliert. So, das war gar nicht so schlecht. Also, die letzten Kämpfe waren wirklich mal noch eine Herausforderung. Mag man gar nicht glauben, wenn man Pokémon so schnell hochtrainieren kann. Hinter diesem Tor liegt Mesalona City, wo sich auch unsere Akademie befindet. In der Stadt gibt es viele Hügel und Treppen. Ich, äh, ich mache nur eine kurze Pause und dann komme ich, äh, ich komme danach, ja? Oh, das ist ihr... Also, sie macht jetzt irgendwas, was mit ihrem bösen Geheimnis zu tun hat. Dasselbe Geheimnis, was auch, äh, bedeutet, dass sie eigentlich der Hauptbösewicht ist. Deswegen kommt sie erst dann nach. Sie hat noch was zu erledigen. Und das, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Sie führt irgendwas im Schilde. In diesem Moment macht sie irgendetwas, was für uns ganz, ganz, ganz bedeutsam sein wird, irgendwann am Ende. Dann wird es dann heißen, weißt du noch, als ich damals, kurz vor der Stadt, äh, mal in die Büsche gegangen bin. Da habe ich gleichzeitig meinen großen, dunklen Plan, ja, in die Tat umgesetzt. Oder zumindest, äh, den Anfang davon gemacht. Ach, geschafft, da wären wir endlich. Das ist Mesalona City, die größte Stadt der Paldea-Region. Sie ist schon seit geraumer Zeit ein wichtiges Handelszentrum. Viele Menschen kommen her, um mehr über die neuesten technologischen und wissenschaftlichen Fortschritte zu lernen. Es gibt einen Friseursalon, wo du neue Frisuren ausprobieren kannst. Und dann wären da noch, äh, wäre da noch ein Laden mit total leckeren Häppchen. Weißt du schon, was du dir zuerst ansehen möchtest? Häppchen, 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 Häppchen. Ich hoffe, es gibt auch Schnäppchen bei den Häppchen. So. Ah, du bist wohl ein kleiner Gourmet. Naja, mit knurrendem Magen kämpft es sich, äh, aber auch schlecht. Das stimmt. Oh, wo wir gerade von Kämpfen sprechen. Willst du? Nein. Ich will unbedingt sehen, wie du die Terra-Kristallisierung einsetzt. Es gibt eigentlich ein gewisses Prozedere, bevor man das machen darf. Aber ich mach das schon für dich. Du kannst dich in der Zwischenzeit ruhig ein wenig in der Stadt umsehen. Hier gibt's auch eine Boutique, falls du deine Uniform ein bisschen aufpeppen willst. Oh, und tolle Restaurants. Ich persönlich würde dir das Geschäft Boto-Beutel wärmstens empfehlen. Dort werden praktische Items verkauft, die du deinen Pokémon zum Tragen geben kannst. Hilfe. Hilfe. Wenn du genug gesehen hast, treffen wir uns am besten vor der Akademie. Aber mach dich auf eine ganz schön lange Treppe gefasst. Okay. Also, bis dann. Du darfst gespannt sein. Okay, dann bin ich gespannt. Ich bin echt gespannt. Bin mal sowas von gespannt. Wie es hier weitergeht. Ich würde ja gerne zu der Treppe... Also zumindest wurde gerade gespeichert. Hallo, wer bist du? Erinnerung an ein längst vergangene Leben? Nano? Ich spüre, wie abenteuerlich deine vergangenen Leben gewesen sein müssen. Ich kann Erinnerungen an deine vergangenen Leben sehen, indem ich dein Smart Rotom untersuche. Möchtest du es probieren? Ich habe Angst. Ja, ich sehe sie. Deine Vergangenheit. Diese Umgebung. Wo lebtest du früher? Lieb dich vielleicht in Hisui? Der Schleier fällt. Das Bild wird deutlicher. In einem deiner früheren Leben sehe ich dich mit einem seltsamen Handy in der Hand. Ein großes Abenteuer in Hisui bestreiten. Moment. Von dieser Hisui-Region habe ich noch nie gehört. Wo ist das denn? Wohlan. Ich werde eine Handyhülle für deinen Smart Rotom entwerfen, die von deinen Erinnerungen inspiriert ist. Und fertig. Deine Handyhülle ist fertig. Hier, bitte sehr. Ich hoffe, sie gefällt dir. Du erhältst eine Archeos-Phone-Handyhülle. Wenn du noch mehr über deine früheren Leben erfahren möchtest, weißt du, wo du mich findest. So, wo kann ich das jetzt einstellen? Muss ja irgendwo gehen. Ach, warte mal. Ich hab's, glaube ich. Beutel. Da war doch irgendwo mal das Smart Rotom in meinen Schlüssel-Items. Ja. Was? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt? Okay. Ähm... Wo könnte es noch möglich sein? Das ist der Pokédex zumindest. Huch! Ach, ich kann... Ach, ich kann eine Kamera-App haben sogar. Ich hab eine Kamera-App. Okay, was gibt's noch? Mitteilungen? Keine. Ich hab sogar Uniform. Oh, hier ist die Hülle. Klick. So. Sehr schön. So. Wir haben eine Sommer-Uniform. Es wird bald... Es wird bald kühl. Die Winter-Uniform sieht gut aus. Die Herbst-Uniform. Das ist so diese von... 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 Äh, Pepper. Nee, danke. Ja, Pepper. Also, wenn Nemila nicht, äh, der Bösewicht, äh, aller Bösewichte ist, dann ist es Pepper. Und, äh, wenn... Pepper es nicht ist, ist es, äh, Direktor Clayville. Ich find die Winter-Uniform, die sieht schick aus. Ich nehm die. Ah, wunderbar. Wunderbar! Vielleicht sollte ich noch meinen Hut absetzen. Das war auf der Seite, ne? Ja. Hier konnte man das... Ich möchte... Ne Sportkappe. Nee. Akademie-Helm? Oh Gott. Wie wäre es mit nichts? Ach so, ablegen mit... Ja, och. Och, ist das... Och, das sieht doch schöner aus. Ja. So richtig mit Haare flattern im Wind und so. Ach, das ist... Das ist viel besser. Okay, ähm... Ach, mach ich das jetzt noch? Ne, ne, ich muss... Ich muss wirklich aufhören. Es ist spät. Ich muss das auch noch hochladen. Ich werd mal speichern. So, äh... Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Booyah. So, äh... Dann würde ich mal sagen, beende ich auch mal erst mal die Aufnahme. Ähm... Es hat mich gefreut. Also, ich freu mich über jeden, der sich das ansieht. Der sich das antut. Ähm... Ja, und dann, äh... Sehen wir uns beim nächsten Mal. Oh Gott. Habt ihr den gerade, äh... Da hinten gelaufen, äh... Sehen, äh... Der da... Gelaufen ist, als würde er mit, äh... 10 FPS laufen. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Äh... Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt's das auch im Stream. Und dann geht's hoffentlich relativ schnell richtig los. Weil... Ich will nicht Stunden für Intro. Ver... Boah... Das Schlimme ist, ich hab ja auch noch andere Sachen leider zu tun. Und, äh... Opfere meine Freizeit für Pokémon. Hallo du. Tschüss du. Also, jedenfalls. Bye, bye. Und, äh... Bis zum nächsten Mal im Stream.